Mein Name ist Philipp Plank, ich habe Finanz- und Versicherungsmathematik an der TU Wien studiert, arbeite bei der UNIQA-Versicherung. Ich habe damals mit Risikomanagement begonnen und darf mittlerweile einen Bereichleiter von MathematikerInnen, die verteilt auf ganz Europa hausintern Projekte betreuen. Für mich gab es zwei Gründe, warum Finanz- und Versicherungsmathematik an der TU Wien das für mich passende Studium war. Zum einen, es hat einen schönen Mix aus wirklich reiner theoretischer Mathematik, was mir sehr wichtig war, aber auch fachspezifischen, anwendungsorientierten Lehrveranstaltungen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, die Berufschancen. Es ist ein Nischenstudium, es ist ein ausgewählter Fachbereich und von uns gibt es einfach nicht genügend. Das macht es jetzt schwierig, wenn man Leute anstellen möchte, aber wenn man das Studium absolviert hat, findet man nachher sehr leicht im passenden Beruf. Ich empfehle das Studium Menschen, die mit Mathematik arbeiten wollen. Im Finanzdienstleistungsbereich, vielleicht bei einer Versicherung, Risikomanagement, Aktariat, beziehungsweise gibt es auch Risikomanagement bei einer Bank. Man kann in Beratung gehen, man kann näher am Finanzmarkt, im Assetmanagement sein, man kann aber generell von Data Science über Risikomodellierung, generell Modellierung bis hin zu Reporting und am Ende auch Kommunikations- und Managementaufgaben damit erfolgreich absolvieren. Man muss nur das Studium schaffen. Mal durchsignби, gibts auf Untertitelung, was du für ein kleiner Bauchhaus reagiert,